Hallo und willkommen bei Lou4U. Ich bin Lou und ich sage euch heute, was ich gerne mache. Ich tanze gerne Ballett, Showtanz und Funkmariechen, spiele Querflöte, bastle und nähe gerne und außerdem probiere ich es noch ein bisschen zu kochen. So und ich habe auch ein Maskottchen genäht, das ist Leila. Sie ist sofort meine sozusagen Assistentin und die werdet ihr auch öfter sehen, weil es gibt noch mehr von Lou4U. Und dann sage ich mal Bye, wenn es wieder heißt Lou4U.